Ja, wir haben eine Dame aus Mutterstadt, die Uschi, Uschi, zeig dich, wir haben einen Platsch. Uschi, Uschi, wohnst du an in der Speyerer Straße? Lela, Ulla, Usch, Ulla, Ulla, nicht in der Speyerer Straße, das ist auch besser so. Aber wir sollen doch nicht so erst reinzugehen, der Speyerer Straße. Gut, ich finde die Speyerer Straße, gut. Aber ich habe jetzt erst erfahren, da ist mal schwichermutter geboren, deswegen ist das eine authentische Geschichte. Ich habe es jetzt beim Nacht, das wo es ins Heim gekommen ist, habe ich wohl die Geburtsurkunde sehr umstellt. Hier, da, hier steht die Hintegard-Flurschitz, Mutterstadt, der Alain, eins, zwei, drei, vier. In Mutterstadt, in der Speyerer Stoß, Und ein Jungemann, der wird langsam groß, So ein Mann und so ein Papa, wenn es wäre so weit. Ein Fraß und ein Film, das wird hängst du, so. Er hat eine Liedfunde mit roten Haaren, Die Hunde und Fall und die paar ganz klar. Und so ein Papa hat gesagt, du kannst schnell nehmen mal gut. Das Mädels, da ist besta, die Mama, ist nix, gut. Das Mädels, da ist besta, die Mama, ist nix, gut. Und die Mama, ist nix, gut. Doch wir haben sich fast in die Orde gesinnt. Hier, die Kutsch auch nicht, das geht überhaupt nicht mal gut. Das ist doch auch der Schwestern, die Mama, ist nix, gut. Das ist doch auch der Schwestern, die Mama, ist nix, gut. Das ist doch auch der Schwestern, die Mama, ist nix, gut. Das ist doch auch der Schwestern, die Mama, ist nix. Das ist doch auch der Schwestern, die Mama, ist nix. Das ist doch auch der Schwestern, die Mama, ist nix. Das ist doch auch der Schwestern, die Mama, ist nix. Das ist doch auch der Schwestern, die Mama, ist nix. Vielen Dank.